Moin, hallo und willkommen zurück zu Queen's Quest V Symphony of Death oder Kampf der Könige V Symphonie des Todes Ich habe den Flötenspieler gefunden hier, der ist aber gerade wieder gegangen, weil es geklingelt hat bzw. Glückwolle geläutet hat und kommen wir da irgendwie dran Dieses Totem liegt ganz unten wenn ich das Loch mit Wasser fülle, steigt es hier hoch allerdings fehlt noch ein Ventil da brauchen wir noch ein Ventil das heißt wir müssen hier nochmal gucken da ist noch ein Puzzle hier leuchtet irgendwas ganz schwach oh werde zur Ameise ist das dein Ernst? ich muss zur Ameise werden und da zur Spinne reingehen und dann Hallo sagen das könnte ja interessant werden wir gehen erstmal zur Medusa und setzen hier die Dinge ein schiebe die Spielsteine an die richtige Stelle um das Bild der Medusa wiederherzustellen das kommt da hin das kommt da hin das kommt da hin okay, dann haben wir noch zwei Teile gefunden das ist eine Träne eine von zwei Tränen okay, wir brauchen noch mehr Tränen wer hat jetzt zwei Ameise grüne Wurzel was haben wir hier? achso, hier können wir die Teile einsetzen jetzt na komm schon jetzt ist das wieder nein, was machst du denn da? es ist blöd, dass ich jetzt hier so rüberseppen muss jetzt okay ok, das kommt da hin das kommt da hin das kommt hier hin na komm her, hier das da hin das da hin und das da hin ok, jetzt brauchen wir nur das Totem äh, einen Hammer habe ich noch einen Schraubenschlüssel einen Salztrank da kommen wir nicht ran da fehlen uns noch Items, ne, oder? ein Blatt brauche ich noch das Blatt haben wir noch nicht ok das geht erst, wenn wir das Totem haben hier ähm und da müssen wir erstmal das Wasser aufdrehen was haben wir hier? äh, nein, bewegt sich nicht ich muss es aufbrechen ok wir hauen erstmal alles kaputt oh vorn aufdrehen fest ok, dann lösen wir das nämlich mit und dann setzen wir das hier ein und dann können wir ja auch voll aufdrehen ok das muss ziemlich auch gefahren sein wenn man alle drei Sachen gleichzeitig ähm abschließen kann so äh, beziehungsweise öffnen kann und schließen kann so das kommt da rein dann haben wir das komplett jetzt kommen die Tränen hier noch rein was ich muss die erst aufladen ok dann laden wir die erst auf die Tränen auch nicht ne, tut man an der richtigen Stelle äh, ok den Kristall brauchen wir aber erst noch wieso kann ich die Tränen nicht einsetzen? Kristallträne ein Wanderegel wie auch äh, äh, äh wenn ich die Tränen bin werde ich fest ja, Kristalltränen hier ich dachte wirklich das wird funktionieren wir können die momentan die sind verkehrt rum die Tränen sind verkehrt rum jetzt bin ich verwirrt wir brauchen hier das Blatt wir müssen hier noch die Sachen aufladen was sagt denn meine schlaue Karte hier drinnen können wir was machen und draußen hinterm Schuppen können wir auch noch was machen ok das heißt, äh hier ist noch irgendwas können wir hier noch hier irgendwie was können wir denn da machen das hier müssen wir eigentlich machen aber da fehlt ja noch was äh, hier was gelb achso, das ist einer von zwei ok, ich bin doch doof die müssen wir dann da reinlegen ok wir müssen den anderen noch zu gelb machen dann was hier müssen wir noch was machen da ist noch ein Blatt siehst du, das habe ich übersehen jetzt können wir nämlich hier äh den Trank erstellen einmal die Wurzel den Salztrank ok und dann hier das Blättchen und ein wenig Wasser dazu schön klein machen und dann wieder destillieren sehr schön dann haben wir jetzt einen Verwandlungstrank jetzt können wir uns zur Ameise verwandeln grüner Kristall drei Stück gelber Kristall drei Stück blauer Kristall drei Stück ok, wir müssen erstmal ein bisschen Platz machen das ist einer das ist noch einer noch einer noch einer noch einer den müssen wir auch noch mitnehmen blauer Kristall grüner Kristall roter Kristall blauer Kristall grüner Kristall und gelber Kristall und noch ein gelber Kristall ok, jetzt haben wir alles nicht aktiviert Träne ok, die müssen wir jetzt hier einsetzen ok, jetzt hat sie sich blau gefärbt ziemlich abgefahren jetzt können wir die Träne aber einsetzen hier ok, was haben wir hier jetzt müssen wir hier gucken dass wir den Kristall hier einsetzen beziehungsweise auf Power bringen löse das Rätsel indem du die Kristalle vertauschst ok der rote bringt 25 vielleicht dahin 115 haben wir hier 130 ist zu viel was brauchen wir hier jetzt haben wir 40 115 165 wow was haben wir denn hier der bringt 90 welcher muss denn ziemlich hoch sein der hier ne der muss hier hin eigentlich 95 wo haben wir denn die 5 5 ist grün ist das hier der muss 115 haben wir sind bei 130 der wäre bei 90 das heißt wir brauchen eigentlich 25 ist der rote hier hier sind wir jetzt bei 25 und 75 der muss blau rein und jetzt müssen wir hier noch gucken äh da müssen wir 65 haben wir haben 45 das reicht nicht das müssen zu wenig das müsste 25 sein hier müsste doch rot hin das ist jetzt ein Problem äh 115 ist zu hoch was müssen wir denn da haben ne 70 bräuchten wir 70 gibt es aber nicht 25 25 was wenn ich 25 da einsetze das hier das wir das ist zu viel der geht auf 135 75 der muss auf 65 gehen hier komme ich dann auf 65 die gelben und den äh grünen jetzt würde der passen aber das passt dann hier wieder nicht das ist der grüne muss definitiv da sitzen okay der gelbe müsste dann hier sitzen ne passt nicht 65 65 40 haben wir der orangene dahin okay jetzt müssen wir gucken jetzt müssen wir hier 80 kriegen was haben wir hier der macht 90 das ist zu viel jetzt haben wir die beiden jetzt passt es bin ich mal gespannt jetzt unter dem schuppen beleuchte den tunnel können wir hier irgendwas anzünden was haben wir da einen Lappen und Öl können wir das nein können wir nicht okay wir haben eine Fackel dann machen wir einen Lappen drum nein da muss der Lappen drum müssen wir das mitnehmen na gut dann bauen wir das selber zusammen ich denke wir können das da direkt machen aber das geht nicht okay einen Lappen drumrum Öl drumrum und anzünden ok jetzt können wir das wieder hier rein setzen interessant dass das dann alles automatisch angeht ok jetzt gucken wir jetzt noch mal ein Schlüssel und noch eine Rolle die hintere Wand scheint man öffnen zu können wenn alle Token hier wären ok wir brauchen noch mehr Token den haben wir schon eingesetzt was haben wir hier da fehlt der Schluss sieht neu aus vermutlich kann ich irgendwo ok Geheimversteck natürlich ok ich bin mit der Fledermaus was war das denn gesucht vermisst klicke die identischen Schlangenkarten an um das Fach zu öffnen ok Schlangenfach geöffnet noch eine Rolle gefunden ok was haben wir hier äh diese Form sieht aus wie ein Kopf ok die Medusa gibt es doch nicht mehr oder doch rede mit der Fledermaus wie können wir mit der Fledermaus denn reden da müssen wir uns dann wieder verwandeln oder ja wir müssen uns verwandeln wir haben das gefunden wir brauchen noch den Trank und eine gelbe Blume ok ok da fehlen noch Teile woher kriegen wir das um die Fledermaus jetzt nicht eins gekreilt dann schauen wir hier mal was wir hier noch so finden können zwei Rollen die können wir hier einsetzen ok da ist der Kopf und ein Trank er hat das Gefühl wir kommen langsam dem Ende näher hier den Medusa Kopf einsetzen finde die drei Unterschiede zwischen den faszinischen Bildern um mehr von der Geschichte zu erfahren ok was haben wir denn hier das hier der Wehrwolf ok hat sie da noch irgendwas irgendwas ist da doch noch die Tür da nicht Gürtel irgendwas sagt mir ich müsste bei ihr gucken aber ich bin mir nicht sicher sieht nicht so aus ne doch da die Leiter ok ok was muss ich denn jetzt machen finde drei Objekte die es auf beiden Bildern gibt ok das Seil den Rollladen die Blume ok und was noch die zwei zehn Jahre vor all die Wehrwolves wurden von der Piper der verrückte Wanderer mit der magischen Flute ich wusste ich könnte die Flute er hat um zu kontrollieren es wurde schnell es wurde obvious dass es von ihm ein Problem wird ich in den alten Ruinen bis die Zeit kam es war leichter wenn ich diesen Hohen um meine Dutaten für mich und bevor die Alchemist in den Hohen muss ich meine Hohen nach der abhandenen Bibliothek interessant jetzt wird die Geschichte langsam doch noch sehr interessant und ich würde sagen wie es weitergeht das sehen wir in der nächsten episode also danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao